Ja so, hier noch ein besorgter Bürger zum Schluss. Ihr müsst jetzt alle sehr stark sein, eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte ist, ich fahre jetzt nach Hause, seid stark, aber die gute Nachricht ist, ich bin nächsten Montag wieder da. Ich werde diese Veranstaltung von nun an auch überall pushen und ich möchte, dass irgendwann ganz Deutschland auf Paderborn guckt, als den Ort, wo irgendwann 30 angefangen haben, dann 300, dann 3000 und vielleicht 30.000. Wichtig ist, dass ihr alle nicht nachlasst und dass die Motivation und Bereitschaft aufrechterhalten bleibt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, bis nächsten Montag bringt jeder 200 bis 400 mit und genießt den Abend, Deutschland immer zuerst.